Jo Leute, was geht? Ich sitze hier gerade in meinem Wohnwagen und bin aktuell in Bayern und habe eben herausgefunden, dass hier ganz in der Nähe der Bikepark Samorberg ist. In dem war ich noch nie und ich habe aktuell nur mein Dirtbike mitgebracht. Also das heißt ja für Dirtjumps eben und nicht für den Bikepark. Da ich nicht wusste, dass der hier ist, auf jeden Fall ist heute auch noch da eine Midsummer-Session, habe ich eben herausgefunden und das heißt der Lift hat heute bis 21 Uhr auf. Wir haben aber jetzt schon halb acht und ich habe das Problem, dass heute ein lautes Zichen und einen Knall gab und bei meinem Dirtbike der Vorderreifen im Auto geplatzt ist, weil es da so heiß drin war. Deshalb weiß ich nicht genau, ob ich heute da fahren werden werde. Ich fahre aber jetzt mal auf gut Glück hin, das sind so 24 Minuten von hier und schaue doch mal, ob der Bike-Shop noch auf hat und dann hoffentlich drehe ich heute noch im Hellen ein paar Runden da im Bikepark. Da war ich nämlich noch nie im Bikepark Samorberg und ich zeige euch jetzt mal kurz das Rad, was geplatzt ist. Ja, hier lag das Fahrrad drin und dann hat es unten einen Peng gegeben, einen Knall gegeben und hier ist es komplett blatt, einfach durch die Hitze. Naja, hoffen wir mal, dass ich da heute noch einen Schlauch bekomme und fahren kann. So, jetzt sitze ich im Auto und laut Navi komme ich um kurz vor acht an. Also alles sehr knapp heute bemessen, aber ich hoffe, dass ich wenigstens eine Abfahrt machen kann, weil ihr wisst ja, lieber einmal kurz am Tag gebiked als gar nicht. Und ich bin auch gespannt, dadurch, dass ich nur ein Dirtbike dabei habe, habe ich natürlich auch nur eine Bremse, nur eine Hinterradbremse und ich weiß überhaupt nicht, was es da für Strecken gibt in diesem Bikepark. Und ja, bin mal gespannt, ob ich da, wenn ich gleich noch einen Ersatzschlauch bekommen sollte, ob ich da überhaupt einigermaßen runterkomme mit. Aber ein Versuch ist auf jeden Fall wert, denn die Alternative wäre jetzt im Wohnwagen zu sitzen und noch Videos zu schneiden von letzten Wochenende für euch. Das werde ich lieber heute Abend spät tun als jetzt, wenn es noch hell ist und da verabschiedet sich die Kamera. So, jetzt drücken wir mal die Daumen, dass hier der Bikeshop noch auf hat. Ja, sieht gut aus. So, vollen Reifen und Bikepark-Ticket. Also kann losgehen die letzten 40 Minuten hier noch. So, last minute ride. Hier hoch geschafft. Hier hinten seht ihr Slick, eine Hinterradbremse, die nicht funktioniert und keine Vorderradbremse. Und schön aufgepumpte Reifen und bockhartes Fahrwerk, so wie sich das für ein Dörtrad gehört. Junge, Junge, Junge. Guckt euch mal die Aussicht an. Was geht denn ab? Sehr geil. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr schon mal hier im Bikepark Samerbeck wart. Wie gesagt, ich war hier noch nie und kenne auch keine Strecke und freue mich auf jeden Fall, dass ich heute noch auf dem Rad sitze. Wird wahrscheinlich nur für eine einzige Abfahrt reichen, aber das ist ja nicht schlimm. So, ich guck jetzt mal, wieviel Uhr es ist. Es ist halb neun. Um halb genau vor einer Stunde bin ich am Campingplatz losgefahren. Mit Reifen wechseln, umziehen, Karte kaufen. Ja, sehr gut. Hallo. Die vorne rum. Achso. Ah, okay. Okay, danke. So, bin ich mal gespannt, wo es hier hingeht. So. Was ist das denn hier? Bike-Spielplatz. Ich glaube, das ist so ein Übungsparcours, oder? Schauen wir uns mal an. Jetzt bin ich hier auf der Freeride-Strecke, glaube ich. Ich weiß noch nicht, wie die heißt. Hier. Ein war Wall-Ride. Einmal Wall-Ride. Noch einer. Guten Tag! Guten Tag! Das ist ja doch! Das ist ja doch! Das ist ja doch! Wie gesagt, ich weiß nicht was kommt, dann bin ich ja im Weg. Ja, bei dir! Ja, ich muss am Samstagabend noch mal runter, also am Samstagabend, wenn mein Bruder noch helft, dann muss ich das Senderbord und das Paddelbord. So, keine Ahnung was hier kommt. Ja, gucken wir mal an, was hier noch kommt. Schade, dass ich nur hier die eine Abfahrt habe. Keine Ahnung, ob ihr noch was seht, es ist schon recht dunkel, jetzt um neun. So, wo geht's denn jetzt? Ah, hier! Die Bremswellen! Kommt hier! Trop! Stop! Uah! Uah! Das kann denn immer! War gar nicht so hoch! Ja, auf jeden Fall ein ganz cooler Bikepark. Schade, dass ich jetzt nur eine Fahrt hatte. Der Lift steht schon, seht ihr. Ist jetzt neun oder so. Und ja, muss ich auf jeden Fall mal mit einem Enduro hinkommen. Sehr nice! So, jetzt komme ich hier am Campingplatz wieder an. Und ich dachte mir, um den Arm so richtig schön genutzt zu haben, neben der Abfahrt im Bikepark, werde ich jetzt nochmal in den Pool gehen. Und ja, nach so einem heißen Tag, heute waren es glaube ich 35 Grad oder so, ist glaube ich ein ganz cooler Abschluss. So, hereinspaziert. Ja, hier der Kühlschrank ist am Start. Willkommen im kleinen Reich. So, ich glaube ich mache mir jetzt hier noch was zu essen, bevor ich schwimmen gehe. Und aus den stinkenden Schonern raus. Das wäre auch ziemlich von Vorteil. Also, schauen wir mal, was wir hier im Kühlschrank haben. Oh mein, hier war so ein Linsentopf. So, jetzt wird hier mal massiv gekocht. Richtig aufwendig. Ja, hier auch guten Linseneintopf. Bio-Linseneintopf gibt es. Schnell gemacht. Schnell warm. Was praktisch hier in dem Topf ist, da mache ich das Essen drin und es da draus. Das heißt, ich muss nur einmal spielen. Hammer, oder? Ich meine, so bei einem Gaskocher und hier Eintopf kann man nicht so viel falsch machen. Aber, das darf nur die perfekte Schlingtemperatur haben, weil zu warm ist Kacke. Und zu kalt auch. Also, ein bisschen warm. Aber so, dass man es schnell runter bekommt. Das versuche ich gerade. Ja, perfekt. Also, guten Abschied. Snackt ihr gerade auch was? Schreibt das mal in die Kommentare, was ihr gerade snackt. Ich hätte gerne noch ein leckeres Kaltgetränk. Ich habe aber nur noch Wasser. Alles andere habe ich leer getrunken. Das ist ein bisschen schade. So, jetzt geht es mit vollem Bauch. Soll man ja eigentlich nicht schwimmen. Nachtschwimmen. Ja, das war der Vlog für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. War, wie gesagt, nicht ganz so viel Action. Aber, kommt beim nächsten Mal wieder. Und, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö. �